Alli hallo leute und jetzt seid ihr wieder da beziehungsweise ich bin wieder da mein urlaub war cool und ich möchte euch was zeigen ich habe mit diesem account jetzt etwas über eine woche lang nicht gespielt und will einfach mal zeigen bzw. selber sehen wie es denn aussieht nach einer woche weil teilweise werden manche gar nicht angegriffen und andere aber wieder doch also von daher will ich gern mal schauen wie es bei mir geworden ist aber nicht richtig gespannt Mal gucken was hier denn bei so rumkommt So lade 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 Ich würde mal sagen schön volle sammler und volle minen alter ich würde ja hier guckt euch an Okay mehr nicht ich glaube ich wurde öfter angegriffen aber da wird garantiert Da gucken wir mal ob man es ob man sieht also auf jeden fall sammler und minen gehen so Ha Ich muss ganz ehrlich sagen ich hätte mit mehr gerechnet wirklich jetzt ohne witz da meine gem box Okay Mal schauen Ja hier seht ihr hier wurde ich also auch der der hat mir nicht nicht alles angezeigt Nee ich wurde ganz Ganz regulär immer angegriffen und die haben halt eben blut gekriegt klar Ach so was darf halt auch mal sein Aha okay Nee also ich wurde komplett angegriffen ich wurde immer Fertig gemacht Okay Ja da gibt es nicht weiter was zu erzählen die die base selber war ja dann in dem moment Inaktiv So jetzt gucken wir mal was wir hier haben alter vom alex haben die ihn ja richtig runter gezogen Gucken wir mal Zack da bin ich jetzt Okay da geht es jetzt ein bisschen mehr hier so wir hätten noch sieben stunden gehabt So Weil die sache ist einfach die warum habe ich es gemacht warum habe ich nicht mein handy mitgenommen ich habe mir wirklich gesagt gut okay komm Freizeit geht ein bisschen vor mit dem anderen account habe ich gezockt noch ein bisschen weil ich das ja auf dem privaten handy hatte Was ich wollte jetzt dafür mein dienst handy nicht rum Mitnehmen da hatte ich keinen bock drauf echt nicht und deswegen habe ich mir gedacht gut okay dann machst du so einen kleinen So ein inaktiv experiment raus Und weil ja wie gesagt ist ja immer so eine sache wird man angegriffen wird man nicht angegriffen das ist ja immer so eine So eine these und hier seht ihr also ich wurde auf jeden fall ordentlich gefickt Ja das war das Wissen wir wir sind noch nicht in der liga klar Jam box Sehr geil also mit der jam box das ist richtig cool Aber die nächste bauhütte wäre ja erst mit 2k Juwelen machbar aber trotzdem ich will die anderen nicht wasten Und deswegen gibt es halt eben auch keinen boost Auch wenn es gerade also wirklich mit dem aber dazu komme ich noch an Video ich will hier gleich noch mal Starten Die haben mich so lange inaktiv in einem klaren gelassen ist eigentlich auch Eine kuriose sache wenn man sieht ich meine klar die können natürlich gesehen haben gut okay der gusor ist es den schmeißen wir nicht raus Das kann natürlich auch sein Aber ansonsten ist es natürlich schon komisch wenn man jetzt über eine woche lang gar nichts macht ich weiß nicht dann Und ohne liga die haben also gesehen dass ich nicht da bin Ich bin der meinung die saison ist sehen wir ja gleich können kann hier noch mal reinschauen Jede dauert bla 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 das ist ja macht die juwelen ich meine cool dass ich juwelen kriege klar aber ich bin der meinung das wird ja auch Ja es wird ja auch angezeigt ich guck mal ob es da angezeigt wird Ach wo war denn das Ah ich habe jetzt gerade ein brett vorm kopf muss ich leider Sagen Aber es wird irgendwo angezeigt das weiß ich dass man das irgendwo sieht wie lange die Liga schon geht die die saison schon geht aber egal Hier jetzt weiter abgebaut hier das ging ja relativ schnell mit den vier Bauarbeitern und dann gucken wir mal dann ziehen wir uns hier noch mal kurz eine armee ran Ich habe knapp eine mille vom gold her Mit meinem anderen account war ich jetzt gut dabei und habe Ich weiß was ich machen wollte ich wollte den king upgraden Und mir hat das dunkle dafür nicht ganz gereicht und ich musste meinen lx lager mein dunkles lx lager dafür Upgraden genau das passt mir ganz gut im kram. So jetzt sehen wir selber mal wie verpeilt der guzoo jetzt hier war Ja Oder gehe ich gleich in anderen clan Ja, okay. Ja hier läuft richtig halt da läuft richtig ist ja ein richtig geiler klaren Ja sonst wie gesagt hätte mich auch mega gewundert wenn man Wenn ich da nicht normal wird man aus so einem klaren rausgekickt wenn man so lange inaktiv ist so Forschen die forschen will ich nix Wie gesagt ich bin noch ein bisschen durcheinander hier gehen wir mal angreifen gucken was wir kriegen können Ja ist ja gar nichts nee aber in dem anderen video werdet ihr dann Sehen was ich momentan finde was gerade richtig krass abgeht und es gibt auch ja viele updates von mir mein mein Hochbett ist fertig das werdet ihr im Real fry style channel sehen den seht ihr ja der ist ja mal verlinkt unten Ansonsten wenn euch ja ganz normal reales zeug so ein wie log und sowas von mir gefällt dann dürft ihr mich da auch gerne abonnieren mittlerweile Vielen dank an den 500 abonnenten mit lauha schade hätte ich angreifen können habe ich ein bisschen verpeilt aber mittlerweile habe ich da auch 500 abonnenten finde ich auch mega nice Und da seht ihr halt so eine sache weil klar wenn ich jetzt irgendwas habe was ich was mit C.O.C. zu tun hat was jetzt nicht so ganz hey cooles ding Ey ich weiß ich bin eine blitz bitch aber egal Ist mir doch egal mir doch egal So und dann wollen wir natürlich da noch ein bisschen was rausreißen und gucken nicht zu viel hier ja geil geil sehr geil Und Ja weil das war einfach ohne risiko ganz easy Und Dann passte das Naja Nase schon auch mache ich später ja ich bin auch ein bisschen erkältet aber Natürlich wird trotzdem video gemacht hier logisch nee also ich habe einiges nachzuholen 768 läuft Auf jeden fall Das ist einiges Jetzt bin ich gleich in einer liga drin Gerade mal echt am überlegen gerade echt was macht man Macht man ich habe noch ein ganz ganz bisschen gold würde mir fehlen zu einer mille aber Ich hatte ja soweit doch magiatum waren geabbt Ich glaube Ich glaube ich bin Soweit Maxed Ne 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 ich glaube ich glaube ich könnte genau ich könnte die teslas noch genau Die könnte ich auf jeden fall noch und der ist auch noch auf 1 den könnte ich auch noch auf 2 ich könnte Theoretisch jetzt anstoßen wir sind aber die teslas wichtiger Und deswegen What the fuck alter Ist ja krass ist ja gut dass ich sie noch hingezogen habe hier Ja dann gibt es eine wartungspause vielleicht wieder ein upgrade glaube ich aber nicht weil das letzte war ja gerade erstens war ein porno ding Nö dann soll damit auch das video beendet sein ich wünsche euch was und ihr haut bitte rein ciao ciao